hallo sascha das wird eine va für dich pfannkuchen backen mit schleudern das werde ich dann mal probieren den teig habe ich gemacht ich habe eine pfanne mit etwas butter da stehen und meinen primus gaskocher den wollen wir dann mal anschmeißen mal sehen wie es funktioniert ja So, das Feuer brennt, der Gasofen ist an, die Butter fängt auch schon an zu verlaufen und dann wollen wir gleich mal gucken. So, das Feuer brennt. So, das Feuer brennt. Ich bin selbst sehr gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Ich melde mich dann wieder. Das scheint doch was zu werden. Ja, in der Zeit, bis der Fahnenkuchen soweit ist zum Wenden, noch ein paar Worte zu seinem Kanal. Einfach nur so ist schon mal, finde ich, ein geiler Kanalname. Und auf deinem Kanal gibt es ja die tollsten Sachen zu sehen, was Essen angeht, Kuchen auf dem Solostof. Und das fasziniert mich immer wieder. Jo, ich gucke gerne bei dir rein. Ich habe, glaube ich, fast jedes Video gesehen. Und ich kann deinen Kanal nur weiterempfehlen. So, jetzt muss ich zum Pfannkuchen. So, gleich ist es soweit. Und dann kommt der große Augenblick. So, jetzt wollen wir das Ding mal drehen. Guck rein. Hat auch ganz gut funktioniert. Nicht wahr? Jo, Sascha. Das wäre meine VA für dich. Ich hoffe, sie hat gefallen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.